Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine tobt am heutigen Tag nun schon zwei volle Jahre. Dass man Grenzen nicht mit Gewalt ändert, dieser mühsam verhandelte Grundsatz, Moskau tritt ihn jeden Tag mit Füßen. Russland greift damit nicht nur die Ukraine an, sondern zerstört die Friedensordnung Europas. Wir haben aus dieser Zeitenwende die einzig richtigen Schlüsse gezogen. Wir unterstützen die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung, und zwar so lange wie nötig. Und wir, Deutschland und Europa, tun mehr und müssen noch mehr tun, damit wir uns wirksam verteidigen können. Abschreckung, Verteidigungsbereitschaft, ich weiß, das sind für manche ungewohnte Worte aus dem Mund eines Bundeskanzlers. Worte, die wir in Deutschland so lange nicht gebraucht haben, dass sie fast in Vergessenheit gerieten. Diese Worte stehen aber für eine ganz wichtige Aufgabe. Zusammen mit unseren Verbündeten müssen wir so stark sein, dass niemand es wagt, uns anzugreifen. So sorgen wir für unsere Sicherheit. Und so verteidigen wir den Frieden in Europa. Unsere beste Garantie dafür ist und bleibt die NATO, und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks. Auch deshalb stärken wir unsere Bundeswehr und die Verteidigung Europas. Das ist unser Beitrag zu einer starken NATO. Dass die Bundeswehr über viele Jahre vernachlässigt wurde, ist kein Geheimnis. Seit der Zeitenwende ist Schluss damit. Deutschland investiert in diesem Jahr erstmals seit Jahrzehnten zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung. Und dabei wird es auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten bleiben. Dafür nutzen wir derzeit auch das im Grundgesetz verankerte Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro. Und das Sondervermögen wirkt. Rund 80 der 100 Milliarden Euro sind bereits fest gebunden, um unsere Soldatinnen und Soldaten besser auszustatten. Dabei haben wir vor allem auf eines geachtet, auf Schnelligkeit. Deshalb haben wir zum Beispiel neue Hubschrauber und Kampfjets bestellt, die heute schon auf dem Markt verfügbar sind. Die Marine kriegt neue Fregatten und U-Boote. Ihr Bau läuft bereits. Das Heer bekommt demnächst die ersten modernisierten Schützenpanzer. In der Ukraine sehen wir, wie lebenswichtig wirksame Luftverteidigung gegen Raketen und Drohnen ist. Noch in diesem Jahr erhält die Bundeswehr deshalb ein erstes Flugabwehrsystem von der modernen Bauart, die in der Ukraine täglich Menschenleben rettet. Weitere werden folgen. Und wir spannen gemeinsam mit unseren europäischen Nachbarn einen europäischen Schutzschirm auf, um Angriffe aus der Luft abzuwehren. 21 Nationen haben sich dieser deutschen Initiative inzwischen angeschlossen. Weitere haben Interesse signalisiert. Solche Kooperationen sind wichtig. Denn wir brauchen eine leistungsfähige Verteidigungsindustrie bei uns in Europa. Die wichtigsten Waffensysteme und vor allem auch Munition müssen kontinuierlich vom Band laufen. Wenn wir Europäer unsere Bestellung bündeln, dann gelingt das. Wie gut das in der Praxis schon funktioniert, habe ich vor einigen Tagen erlebt. Da war ich zusammen mit der dänischen Premierministerin in der Südheide beim ersten Spatenstich für ein neues Munitionswerk. Schon nächstes Jahr wird dort Artillerie-Munition produziert. Für unsere Bundeswehr, aber auch für unsere NATO-Verbündeten und die Ukraine. Das alles verlangt uns einiges ab, auch finanziell. Aber eins ist doch klar. Ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Ohne Sicherheit keine Freiheit, keine Demokratie und keine Menschenrechte. Und deshalb ist es richtig, was wir nach der Zeitenwende vor zwei Jahren entschieden haben. Wir verteidigen unsere Sicherheit mit Entschlossenheit und mit Augenmaß. Das ist der richtige Weg. Und diesen Weg gehen wir gemeinsam. Und das ist der richtige Weg.